Manchmal ist die Presse ziemlich einheitlich einer Meinung und das Volk hat eine andere Meinung. Es ist also nicht so, dass das Volk einfach leicht manipuliert werden kann, eben weil ich gesagt habe, die erleben ja die Dinge an Ort und Stelle, währenddem, ich muss einfach sagen, die Politiker, das ist eine etwas abgehobene Gruppe geworden, in vielen, vielen Ländern, auch in der Schweiz leider.